Peru News heute alles, was sie über Peru wissen müssen Blackout in Matute, die Zusammenfassung des Vorfalls, der nach der Universitätsmeisterschaft um die Welt ging. Universitario de Deportes wird durch einen 3 zu einem Sieg gegen Alianz Salima zum Meister der Liga 1 Bezon 2023 gekrönt. Der Stromausfall im Alejandro Villanueva-Stadion sorgt jedoch für Kontroversen. Alianz Salima erklärt, dass sie das Licht ausgeschaltet hätten, um schnell zu evakuieren und die Sicherheit zu gewährleisten. Nach dem zweiten Tor von Universitario werfen die Fans Leuchtraketen, was die Spannung erhöht. Trotz der Vorfälle feiert Universitario seinen 27. Titel im Alianz Salima-Stadion. Die Kritik entsteht, weil der Blackout-Spieler und lokale Fans gefährdet. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft bestreiten die Koordination des Stromausfalls. Der Delegierte der Alianz Salima, Ektor Tito Ortonies, bekräftigt, dass die Entscheidung von den Behörden und nicht vom Verein getroffen wurde. Der PNP-Generalkommandant bestreitet diese Version und erläutert die Koordinierung der Sicherheitsmaßnahmen, ohne den Stromausfall zu erwähnen. Die Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungen wegen Gefährdung und Unruhe ein. Alianz Salima gibt eine Erklärung ab, in der sie den Stromausfall als Vorsichtsmaßnahme rechtfertigt. Sie weisen auf die Unterstützung der Polizei bei der Evakuierung der Fans hin. Luz Delzür bestreitet geplante Unterbrechungen in der Region. Die Universität fordert Sanktionen und fordert die FPF auf, das Stadion zu bestrafen. Die FPF antwortet auf die Anfrage von Universitario. Der Vorfall, der die Preisverleihung beeinträchtigte, wird derzeit untersucht und löste Kontroversen aus. Alianz Salima stellt sich den Behörden zur Verfügung. Abonnieren Sie uns und folgen Sie uns in unseren sozialen Netzwerken, Facebook, YouTube, Instagram und TikTok. Peru News Today, folgen Sie uns auf Facebook und Instagram.